Hatten wir nicht so zusammen hier diese Spartaner-Tausen gesehen? Nein, meine Frau die Spartaner hat nicht ganz bestimmt. Die ist ja auch großartig, also schlecht großartig, aber großartig. Ich fand die nur schlecht. Ach komm, mit Anfang 20 stand ich noch auf so chemischem Humor. Ja, der war ja nicht mehr so lustig. Das war ja einfach nur. Weil die nackte Kanone ist halt zeitlos und albern, aber... Oh, hier ist ein Fleischdinger. Oh oh, oh oh. Ich bin beim Hinweis, in beim Hinweis. Woanders, wo ich geh. Oh, hi. Ich bin grad ein bisschen vergiftet. Oh, hier ist ja nichts. Oh, erstmal wieder mit den Steuerung lagen. So lange wie ich mich mit dem Gezockt hab hier nicht. Was denn? So, wo lauern wir denn jetzt hin? Da lang. Die Osten. So gehören wir zum Vor, oder? Kurz. Abs. 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 Versorgungswagen, wenn ihr braucht. Ja warum nicht? Komm nicht. Ja warum nicht? Gibt's cooles. 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 Cooles biefewey. Irgendjemand hat ein Schwarm oder geflügt. Ja die sind am Zaun leider, und würde ich jetzt abziehen. hier kommt der schwarm zu mir gibt es eine netflix serie der schwarm von frank schätzer gesehen ich habe das buch nicht geschafft zu lesen ich fand ich habe die ersten 100 noch was seiten gelesen passiert einfach nicht aber danach und ich weiß wir sagen ja alle aber ein buch muss ich halt von anfang anpacken wenn ich jetzt einmal so wegläge und denke dann ist es ganz schwierig mich zu motivieren ist wieder ein bisschen hat es ein besseres tempo also der trailer sagt also haben wir dafür haben wir haben dafür bezahlt hat jeder dritte gerade zombies getötet ich bin übernehmen dir aber das hat die vögel hast du meinen oder das ist hier nur ein soundbuck war was höflich oben jetzt wo ich da bin meine angreisende ok waren soundbuck so eigenartig ruhig die richtung da ist der boss dann ja irgendwer hat hinter sich und direkt vor dir ist ein emulator ich habe nur gerade gewartet bis meine ausdauer aufgeladen ist das nicht drauf gewartet dass ich ihn träger wie du wirst du was sagst genau das gab es eigentlich heute im ofen bei dir schon selbstgemachte pizza tatsächlich mit zwiebeln ja genau mit pizza mit pizza belag mit zwiebeln paprika und bacon das ich kann mir den wurf messer einfach nicht zu treffen dass er schlüsse links links von uns ich stelle mich mal auf den turm und gucken ob einer kommt glück ich muss ja nicht zum dritt um den boss umschauen wenn zu mit ich 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 es ich eine Schlagwaffe oder so oder so come on immer noch weit gewesen das ist auch direkt hier bei uns hmm aber es wird bestimmt noch jemand kommt ja das ist ja echt eigenartig wenn jetzt fallen hin hier unten im teller habe ich auch nicht verleihen gelegt vögel habe ich gehört habe gerade ein zombie getriggert also vielleicht hast du das gehört also vögel rausgehen auch passen jetzt wird fährt und enden ja da ist einer und rechts von mir irgendwie auch jetzt wird seit 45 zurückgeschossen ich kann mich nicht ziehen ja da wagt wurde von der seite erschossen jetzt ja mosin scharfschütze und reverend nordwesten dachte ich ja die man jetzt schießen ja auch immer noch die wissen ja nicht ob ich unbedingt tot bin oder denken da ist noch jemand anderes ja vielleicht nicht aufeinander was ist nicht zufälligerweise necromancer oder ich schon aber muss ich mir an die wenn du dich beeilt könntest du es versuchen bevor sie den hof nicht hochlaufen nicht hochlaufen ja ich muss nur entdecken und es war noch nicht nah genug dran ich schritte wir kommen hier von die gehen hinten rein ja denke ich nicht hier dann wäre das jetzt die gelegenheit hey habe ich das nicht als neuer charakter der ist ja gestorben der letzte der letzte hat das ist aber besser gestorben jetzt so um gottes willen ja dann naja gut jetzt muss ich schon da faulenzt ja einfach ja die sind schon drin bei mir ja ich sehe es an der tür gerade gewesen er liegt aber als aber noch einer also draußen ist noch einer weil da war gerade fährt und dann ist vor der tür das direkt vor der tür da raus ich komme von anderen seite verdirrt ich nicht da dass niemand hinten die tür sind vier oder fünf gegner hier draußen ich habe die nicht von hinten wurde ich erschossen kopfschuss reverend 61 meter ja ja das ist der sniper bonnie der ist das ist nicht offen der ist nicht in der nähe der war ich werde aufgerufen schießt es aber gerade von überall leiter danke ich renne wieder rein kann ich das ist ja die tür offen jetzt hier weiter die tropien also zwei sind hier bei mir im norden der nächste ausgang ist alter um gottes willen ich kann nicht mal in die nähe eines orts gehen von dem ich schießen könnte jemand ist gestorben ich habe aber jetzt keine sicht mehr ich kann nicht mehr gucken ich habe noch drei sekunden und ich weiß was da einer ist und da sind zwei die werfen die dann mit rein wo hast du den typen weg geholt da in der ecke naja dann hole ich mir nämlich mal eine sekunde zurück da kommt jemand der will das schon irgendwo hinten eingang nehmen der hinter eingang unternehmen oh man alter was zum fick so ein zombie ob sie keine machen aber egal er holt ja mal die sekunde er ist immer der reverend der von norden schießt offenbar hier hier kann noch jemand den aus ja dieser partner denkt dass wir ihn anzünden sonst dann machen wir das doch ah ja sicher klar schmeißt doch mal drauf die tür ist auf hinter uns hinter euch die tür hinter dir schauen die tür ist aufgegangen bei meiner markier und da sind zwei leute kann vorbei gerannt da flash achtung okay der wartet genau um die ecke um die ecke da ist genau um die ecke rechts an die das tod kartoffel ein bis zum abwinken da auch schon wieder auf mich geschaut und schritte die tür wieder zum angeblich hatte ich höre schritte ja hier wusste deiner ich muss erst mal eine waffe nachladen hier so lang richter und westen das gestorben hat den haben wir nicht die falle hier wieder schafft es ist die rauchbombe noch da die leichte ist auch hier liegen aber mittlerweile waffen rum zur not 3 sind drei aber die gehören die zusammen ist das trio ach ja wir sind ja jetzt auch ein trio vergisst es auch gott wenn wir noch auf 2 aus die sind gerade aber tatsächlich eine etage unter uns wenn ich mich nicht geguckt habe ja sachen die treppe hoch ich versuche mich mal seitwärts zu nähern die sind direkt neben mir jetzt hier unten im feller einer ist draußen seit der reverend ist der reverend ist hinter der umzäunung der gehört nicht zu gehen doch doch das ist ein dreier team das sind ja auch schützen okay der flitzknall hat mich aber nicht erwischt alles gut ich kann versuchen ich meine ich bin der einzige den sie auf der karte vielleicht nicht sehen können ich kann auch so gut zu gehen er ist hier bei mir einer kommt jetzt hoch zu mir über leiter und dach ja das ist wieder gerannt ja eine ist direkt hier unten aber der ist draußen ja ich hab mir die Pistolen oh nein 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 nicht mehr nicht mehr da ist jetzt auf dem Dach hier bei mir ja jetzt dumm ist ich ich weiß halt nicht wie ich ich sehe das ja der ist eingelaufen der einer ist tot ja der ist tot das war der Scharfschütze vielleicht mal versuchen anzuzümmern ja der andere ist hier an der Ecke bei mir warte mal unten oh hier ist noch einer bei mir glaube ich ja einer ist noch hier bei mir auf der Seite und einer ist unten links an der Ecke bei euch ja kommt jetzt nicht mehr raus wegen Gift ja ich habe noch ein bisschen Feuer ja ich habe noch ein bisschen Feuer ich schieße hier auch mit Feuer wie man kämpft da geht das schlägt mäßig und steckt da um sich boah ist das dumm ich bin ja einfach hier oben gefangen ne das ist echt unschön ne bin ich ja gar nicht aha witzig hmmm mann ist denn der bleibt hermit ich würde den Kappern Achtung ich zent mal zent mal das sprengt was an fuck jetzt hat er mich geholt durch die Wand 15 Meter ja da hat er da ist er da ist er da ist er da ist er direkt zu dir das ist nur noch einer wenn der jetzt nicht sein wo wieder belegt hat du brennst du brennst du brennst du brennst ja der wild sein sein sniper bei dir wahrscheinlich als ist es kommt erst mal nicht rein auf dem dach am dach runter gefahren muss nachladen er kommt jetzt wahrscheinlich zu dir die treppe hoch oder nein er kommt die treppe rechts von dir ich dachte ich dachte es ist da nicht leiter ich dachte ja nein das ist nur treppe also erst unten innenhof der versuchte ins haus zu kommen um sein body zu beleben also der wird der wird da reingehen oder kann es nicht so glaube ich schneller das nachbarhaus wo der sniper liegt tendenziell blutet jetzt erstmal weil deine da wo die bombe ist da will er rein dadurch das fenster da ist gerade war ja er hat sein body noch nicht wiederbelebt ja kam er hat nicht rein zu ihm dann holt euch mal die von der leiche ja ist auch gerade ruhig um uns rum die stachel da hat broma ist so gut geworfen an den kommt echt keiner mehr rein ich hab gar geguckt die mit der sekunde was ich gehabt hab jaja ist leer alles ich meine habt ihr mitgezählt wie viel gestoßen wie viel leichen da mit ihm keine ahnung war mir auch egal haupt alle tot jetzt warten sie das letzte dreierteam wartet jetzt auch im boot könnte passieren das hat jetzt gleich gut gemacht immer noch zwei fahren ich hab nichts mehr zum werfen dann den art galinen spritzeln ich bin mal die ganze lobby da gab ich glaube also gefühlt ja müssen eigentlich alle drei teams da alle alle drei anderen teams auch da gewesen sein beziehungsweise zumindest zwei ja genau zwei auf jeden fall und ich glaube auch alle drei dieses jenseitig teilweise umgebracht haben der sniper dieser reverend sniper der war schon echt gut wenn er jetzt nicht zu uns gelaufen wäre und beim fenstereinstieg hat also dann hätte er echt ein problem gewesen wenn er dahinten okay wir haben alle getroffen alle waren da aber es war ja auch das mit dass das metier für die schrutschlitte alles close close sehr 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 geil und ich bin immer noch irritiert darüber wie unpräzise wir haben tatsächlich ein team hat uns bekämpft und ist nicht durch uns gestorben ein zweierteam auf einer fragezeichen ich dachte nein nein die haben uns ausgeschaltet aber wir sie nicht aber nur einer von uns also nur 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 einer wurde von uns getötet ja